Hallo Stuttgart, hallo Red Bull Wings Academy, mein Name ist Strachy, viel Spaß. Leute, was geht ab, hier ist DJ Passion und wir sind hier auf der Red Bull Wings Academy 2012 in Bad Kanzler und ich leite hier den DJ Workshop. Hi, ich bin Mekes, ich bin hier der Dozent für Rap. Die Location ist geil, die Leute sind total nett, es macht viel Spaß und man wird irgendwie so unterstützt wie man es braucht. Das ist super. Ich bin Erdit, ich mache hier den Breakdance Workshop, Biba Workshop bei der Red Bull Wings Academy in Stuttgart. Ich bin der Dingo Babos, ich mache hier für die Red Bull Wings Academy den Graffiti Workshop. Ganz herzlichen Dank bei den Leuten, die mitgemacht haben bei den Graffiti Workshop. Das hat super Spaß gemacht mit euch zusammenzuarbeiten. Das war so ein wahnsinniges Wochenende und ich hoffe, dass es auf jeden Fall bald wiederholt wird. Das war so ein wahnsinniges Wochenende und ich hoffe, dass es auf jeden Fall bald wiederholt wird. Das war so ein wahnsinnig. Das war so ein wahnsinnig. Das war so ein Wahnsinn. Und ich bin ein wahnsinnig. Vielen Dank.